1, 2, 1, 2, 1, go! Ich glaube, umso älter man wird, umso mehr wird man auf dem Weichei. Ist es vielleicht schlau, mit 95 kmh den Berg runterzufahren auf 21 mm breiten Reifen? Büro vom besten Bergfahrer der Welt, Alter. Heute hatten wir ja Mr. 100.000 Volt in der Spitzengruppe. Das war eigentlich auch ein bisschen pervers, hat man für den Fall, dass man verunfordert, sich schon mal die Beine rasiert. Tut so weh. Ganz klasse, ganz klasse. Ihr könnt das Ding wirklich abschießen hier. Das war das Ding, das war eigentlich zu müssen. Just das Ding, das ist ein bisschen. Ja, das war eigentlich gar nichts. Das war eigentlich gar nichts. Her-Zoge ist ele. Ich hab jetzt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018